Die Mutter vom Anzeigenhauptmeister hat große Sorge um ihren Sohn und bittet darum, ihn in Ruhe zu lassen. Er solle sich in Therapie begeben. Er hat offensichtlich Probleme, wie die Frau behauptet. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo da lassen. Und es ist ganz interessant, alle von euch kennen mittlerweile, denke ich, den Anzeigenhauptmeister. Niklas heißt der ja. Und er gibt sich ja so, dass er selber hingeht und sagt, ja, ich, oder anders, sein Ziel ist es ja, in ganz Deutschland, jeder Stadt, Gemeinde, einen Falschparker oder ähnlichen Verstoß angezeigt zu haben. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon, ja, eine Leistung in Anführungsstrichen, so eine Denunziant zu sein, meiner persönlichen Meinung nach, schon sehr, sehr krass. Viele von euch haben auch gesagt, ah, den sollte man gar nicht beachten und ähnliches. Seine Mutter hat jetzt eine ähnliche Meinung. Ich aber glaube, mit meiner Reichweite, und das sagen auch viele andere, die Videos über ihn gemacht haben, man sollte über ihn sprechen, weil man dazu eben, ja, ich sag mal, so einen Kontrapunkt machen muss. Weil, klar, wenn da was wirklich Illegales stattgefunden hat, gehört sowas natürlich bestraft oder geahndet generell. Aber man kann auch mal fünfe gerade sein lassen. Und ich glaube nicht, dass er in anderen Ländern, beispielsweise in Südamerika oder auch von mir aus in Frankreich oder sonst was, wo Kontaktparken ja normal ist und ähnliches, dass er dort so, ich glaube, respektiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber überhaupt akzeptiert würde. Das wage ich mal zu bezweifeln. Und dazu muss man ja sagen, dass seine Erfolgsquote, ja, offensichtlich, darüber hatte ich in einem meiner ersten Videos ja auch gesprochen, wirklich sehr, sehr gering ist. Und von daher, lass es einfach sein. Das ist doch kein Hobby. Mit 18 Jahren, geh in die Disco, kipp dir mal einen hinter die Binde, such dir eine Frau, lenk dich ab oder einen Mann oder was weiß ich, worauf er steht. Aber gut, seine Mutter sagt, Zitat, er kann gar nicht aufhören. Selbst wenn er es wollte, das ist wie ein Zwang, sagt die Mutter des Anzeigenhauptmeisters, wie es hier heißt, gegenüber RTL. Während ihr Sohn Niklas mit Völlnheimen auftritt, möchte die Mutter anonym bleiben. Kann ich nachvollziehen, denn der Hass im Netz, das muss man wirklich als Hass bezeichnen, denke ich, das ist hier schon der passende Begriff, ist wirklich sehr, sehr groß geworden. Und dieser Hass ist nicht nur virtuell, sondern auch im wahren Leben angekommen. Und ich verherrliche keine Gewalt, keine Frage, aber ich kann verstehen, dass die Gemüter bei vielen Leuten hochkochen, wenn es um diesen Herrn hier geht. Weil das kann doch nicht seine Lebensaufgabe sein, rumzufahren und andere Leute wirklich anzuzeigen, zu denunzieren. Also sowas hat es in ganz schlimmen Zeiten gegeben, aber sowas brauchen wir dir doch einfach nicht mehr. Wisst ihr, Leute? Natürlich. Wenn jemand hingeht und parkt wirklich eine Feuerwehrzufahrt beispielsweise zu und die Feuerwehr kommt nicht mehr durch. Ja, definitiv. Da muss agiert werden. Da frage ich direkt mal, wo war denn der Anzeigenhauptmeister bei den Klimaklebern? Bei den Klimaklebern hätte er doch aktiv werden können. Die haben doch auch nachweislich oftmals die Rettungseinsatzkräfte so behindert, dass sie eben nicht zum Unfallort weiter vordringen konnten. Vielleicht hätte er ja da mal den einen oder anderen aufschreiben können. Vielleicht wäre da was Besseres gelaufen. Ich weiß es nicht. Die Mutter ist auf jeden Fall verständlicherweise um ihr Kind in großer Angst. Ich habe Angst, dass sie ihn totschlagen, heißt ihr. Eine große Sorge. Ich habe Angst, dass sie ihn totschlagen, weil er gar nicht mitkriegt, was er da anrichtet. Zusammenschlagen wurde er bereits, hatte ich darüber berichtet. Und die Aufmerksamkeit hat weitere ungeahnte Folgen, wie die Mutter schildert. Wir hatten Code im Briefkasten. Zudem sei ihr Kellerschloss bereits zerstört worden. Und die Familie erhält Hassnachrichten und Morddrohungen. Auch unerwünschte Pakete und Kataloge, die Hater, so genannt, im Namen des Anzeigenhauptmeisters bestellen, landeten oft dort, wie es hier heißt. Und das erinnert mich in Teilen, nicht komplett, aber in Teilen auch die Reaktion von dem Niklas an den Drachenlord. Reiner mit AI, ganz wichtig, Winkler. Werden einige von euch kennen. Und wenn er sich dann auch noch so vollkommen überzeugt von dem, was er tut, hinstellt und sagt, Zitat, ich bin da eiskalt, egal was passiert. Das fördert doch nur die Situation, in der er gerade ist. Das wird das Ganze doch nur noch mehr antreiben, sodass man schon vom Anzeigenhauptmeister Game in verschiedenen Kreisen spricht, wie ich gelesen habe. Und dann lässt er sich auch teilweise feiern, wie hier zum Beispiel, kommt er an einem Bahnhof in Coburg an, macht da seine Anzeigen und die ganzen Jungs hier, die ganzen Kandidaten, machen Selfies und er genießt das offensichtlich, so empfinde ich das, und nimmt ein Bad in der Menge, um es mal böse auszudrücken. Leute, 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 das wird noch weiter eskalieren. Richtig extrem. Und wir haben ja auch hier nochmal einen Bericht von der Mitteldeutschen Zeitung. 900 Anzeigen im Jahr. Selbsternannte Ordnungshüter macht dem Bürgermeister von Gräfenhainichen Sorgen. Und das ist ja der Bürgermeister aus seinem Wohnort, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Handeln eines Einwohneres hat enorme Auswirkungen auf die Verwaltungsarbeit Gräfenhainichens. Ich kann es nicht richtig aussprechen, verzeihet mir. Gebärbockt. Nach einem Fernsehbericht erreichen das Rathaus Anfragen und Beschwerden aus ganz Deutschland. Und das ist die Konsequenz. Also von wegen, da wird jetzt so viel für die Staatskasse übergemacht und getan. So viele Anzeigen, hat der Bürgermeister auch gesagt, verlaufen da im Sande und bringen einfach gar nichts. Und dementsprechend ganz große Schwierigkeit. Und egal, wo der Anzeigenhauptmeister aufgetaucht, überall gibt es Probleme. Beispielsweise hier ist er auch noch in Bamberg angekommen. Großer Wirbel um den Anzeigenhauptmeister in Bamberg, wie es hier heißt. Ebenfalls große Problematiken. Und wenn man einfach nur mal hier guckt, bei Google News Suche, findet man so viele Einträge. Hier der Eintrag mit der Mutter oder auch hier das von gerade. Ich bin da eiskalt. Egal was passiert. Junge, mach es nicht. Du willst nicht, dass du zum zweiten Drachenlord wirst. Das kann ich, nee, glaube ich nicht, dass er das möchte. Anzeigenhauptmeister jetzt auch in Mannheim gesichtet. Und da sieht man immer die unterschiedlichsten Sachen. Wenn man bei Twitter, also bei X unterwegs ist, sieht man dann, wie einer ihn irgendwie im Zug gesehen hat, pürstet ein Foto und sonst was. Der fährt halt wirklich seine kompletten Stationen deutschlandweit ganz offensichtlich ab und führt hier alles weiter. So wie am ersten Tag, habe ich das Gefühl. Das ist, ja. Im Deutschlandfunk gab es noch einen ganz interessanten Artikel dazu. Zwischen Medienhype und Cybermobbing. Und dass das hier mit Mobbing bezeichnet wird, ist halt auch wieder so ein bisschen fraglich, wie ich persönlich finde. Ist es wirklich Mobbing, was hier betrieben wird? Oder geht es hier eher um die Situation, dass er diesen Hass auf ihn selber am Provozieren ist? Das ist eine interessante Diskussion, die wir jetzt mal hier führen können. Schreibt mal eure Meinung gerne dazu unten rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und gerade wenn man hier von der Mutter dann in diesem RTL-Interview nochmal auf den Ausgang des Videos darauf zurückzukommen, da können einem nur die Tränen kommen, wenn die Mutter wirklich so betroffen ist, die Angst um ihr Kind hat und versucht, ihn quasi wach zu rütteln. Hör doch auf mit dem Quatsch. Es bringt doch nichts. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh, wenn du so weitermachst. Wie es hier heißt, die Mutter hat daraus Konsequenzen gezogen aus der aktuellen Situation. Sie schläft seit Wochen auf dem Fußboden im Flur. Zitat, Jetzt überlegt euch das mal, was da abgeht, was der seiner Familie, seiner Mutter antut. Und hier am liebsten würde sie gar nicht mehr nach Hause kommen, da ihr der Medienrummel um ihren Sohn einfach zu viel sei. Zitat, aber dann hat er überhaupt niemanden mehr, der ihn beschützt. Ich weiß nicht, wo ich die Kraft hernehme, aber ich muss das tun, denn es ist mein Kind. Diese Frau ist wirklich komplett verzweifelt und fertig mit den Nerven. Also selbst nur dafür sollte der Junge doch wirklich aufhören. Oder sehe ich das falsch? Schreibt eure Meinung unten rein. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Bis zum nächsten und ciao.